Die Firma Rheinisch Immobilien bietet ein Traumhaus in wunderschöner erhöhter Lage an. Das Haus mit einer Wohnfläche von 190 Quadratmetern steht in Hart bei Graz. Das Grundstück verfügt über einen zweiten, separaten Baugrund und ein Carport mit angebautem Gartenhaus. Vom Eingangsbereich gelangt man in das WC, den voll ausgebauten Keller, den Wohnbereich und in ein Arbeitszimmer mit einem extra Wasseranschluss. Der offene Bereich im Erdgeschoss gliedert sich in einen Wohn- und einen Essbereich sowie einer komplett eingerichteten Küche, die im Haus verbleibt. Im Obergeschoss befinden sich das Kinderzimmer, das Ankleide- und das Schlafzimmer und ein geräumiges Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC und zwei Waschbetten. An das sehr helle Kinderzimmer ist noch ein extra Bad angebaut, das jedoch noch nicht ausgebaut wurde. Weiters gibt es im Kinderzimmer noch einen eigenen Lern- und Spielbereich. Der Keller ist voll ausgebaut und in vier Räume unterteilt. Ein großes Gästebad, ein Fitness- oder Gästezimmer, ein Lagerraum und ein Technikraum. Im Technikraum befindet sich die Erdwärmeanlage, die das Haus mit Warmwasser und der nötigen Energie für die Fußbodenheizung versorgt. Die 28 Meter große Veranda lädt zum Verweilen ein und der wunderschöne Ausblick lässt die Seele baumeln. Die 28 Meter große Veranda lädt zum Verweilen ein und der wunderschöne Ausblick lässt die Seele baumeln. Die 28 Meter große Veranda lädt zum Verweilen ein und der wunderschöne Ausblick lässt die Seele baumeln. Die 28 Meter große Veranda lädt zum Verweilen ein und der wunderschöne Ausblick lässt die Seele baumeln.